Vom 7. bis zum 9. Februar 2012 findet die eWorld Energy & Water in Essen statt. Sie gilt als führender Branchentreffpunkt der europäischen Energiewirtschaft. Nach dem großen Erfolg 2011 wird auch der Themenbereich Smart Energy im kommenden Jahr noch weiter in den Fokus rücken. Mit dem Forum Energiewende bietet die eWorld während der gesamten Messe Ort und Gelegenheit für Austausch und Antworten auf die aktuellsten Fragestellungen der Branche. Auf dem Gemeinschaftsstand sind sowohl Ausstellungsflächen als auch Vortrags- und Diskussionsmöglichkeiten gegeben. Mit der Sondershow Future of Mobility findet man auch in 2012 in der Galeria Ideen im Bereich alternative Antriebe, neue Mobilitätskonzepte und Infrastruktur. eWorld Energy & Water 2012. Die Branche trifft sich. Die Branche trifft sich.